Ich erinnere mich genau daran, wie mein Leben noch vor wenigen Jahren ausgesehen hat. Ich war Student, habe so vor mich hingelebt, viel gezockt und mich mit Nebenjobs über Wasser gehalten. Ich hatte keine wirklichen Ziele und auch nicht die Motivation, etwas aus mir zu machen. Wenn ich auf damals zurückblicke, dann wird mir klar, dass ich mein Leben nicht im Griff hatte. Heute hat sich das um 180 Grad geändert. Ich reise um die Welt, habe mein eigenes Unternehmen und bin glücklicher denn je. Ich sage das nicht, um anzugeben, sondern weil ich dir zeigen möchte, dass das auch für dich möglich ist. Welche vier Schritte mir und bereits vielen meiner Coaching-Klienten geholfen haben, ihr Leben in den Griff zu bekommen, schauen wir uns jetzt an. Diese vier Schritte klingen und sind sehr einfach. Lasse dich davon jedoch nicht täuschen. Sie sind unglaublich wirkungsvoll und können dein komplettes Leben verändern. 1. Räume deine Wohnung auf Die meisten Menschen wissen nicht, wo sie anfangen sollen, wenn sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen wollen. Der einfachste Schritt ist, deine Wohnung aufzuräumen. Du sammelst dadurch ein erstes kleines Erfolgserlebnis und gewinnst die Kontrolle über dein Leben ein Stück weit zurück. Danach folgt Schritt Nummer 2. 2. 5 Minuten für den perfekten Start in den Tag Der Morgen legt die Basis für den gesamten Tag. Es ist deshalb extrem wichtig, deinen Morgen richtig zu beginnen. Doch wie tust du das? Dafür gibt es unzählige verschiedene Morgenroutinen. Ich möchte dir in diesem Video eine simple Routine an die Hand geben, die du bereits morgen früh anwenden kannst. Sie funktioniert folgendermaßen. 3. Trinke nach dem Aufstehen eine Tasse Wasser gemischt mit frisch gepresstem Zitronensaft und einer Prise Salz. Nach dem Aufstehen viel zu trinken ist wichtig und durch das Salz füllst du deinen Elektrolythaushalt wieder auf. Wenn du das erledigt hast, dann setze dich kurz hin und beantworte schriftlich die Frage, wofür bin ich dankbar? Finde mindestens 5 Antworten. Also zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich heute gut geschlafen habe. Ich bin dankbar dafür, dass meine Familie gesund ist. Ich bin dankbar dafür, dass es mir gut geht. Und so weiter. Mit dieser Routine bereitest du deinen Körper und deinen Geist in wenigen Minuten auf einen erfolgreichen Tag vor. 3. Traumziele Stelle dir zwei motivierte Fußballmannschaften vor. Alle 22 Spieler freuen sich auf das Spiel, doch als sie den Platz betreten, merken sie, dass die Tore weg sind. Was glaubst du wird passieren? Egal wie motiviert die Spieler am Anfang waren, sie werden schnell die Lust verlieren, weil sie kein Ziel mehr haben. Sie wissen nicht, in welche Richtung sie laufen oder wohin sie schießen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Genauso ist es im Leben auch. Egal wie motiviert wir sind, wenn wir keine Ziele haben, keine klare Richtung, dann verlieren wir früher oder später die Lust. Doch wie setzt und findest du Ziele? Dieses Thema kann zugegeben etwas komplizierter sein. In diesem Video wollen wir uns jedoch auf die Basics konzentrieren. Überlege dir fünf sogenannte Traumziele. Stelle dir dazu vor, dass es keine Grenzen gibt. Du kannst dir jeden Wunsch erfüllen. Welche fünf Dinge würdest du haben wollen? Schreibe dir diese fünf Traumziele auf. Damit hast du bereits mehr Klarheit über deine Ziele als 95% aller anderen Menschen und du gibst deinem Leben eine Richtung. Viertens. Was, wenn du heute sterben würdest? Lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Das heißt nicht, dass du jeden Tag feiern und trinken sollst. Es heißt, dass du jeden Tag so leben sollst, dass du am Abend sagen kannst, ich bin stolz auf das, was ich heute getan habe und wenn ich heute sterbe, dann wäre das ein guter letzter Tag gewesen. Du hast nur dieses eine Leben. Egal wie es bisher verlaufen ist, du hast die Macht, es nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Habe den Mut, groß zu denken, dich deinen Ängsten zu stellen und deine eigene Geschichte zu schreiben. Zum Abschluss ist es mir noch wichtig zu sagen, dass es natürlich noch viele weitere Faktoren gibt, die dir helfen, dein Leben in den Griff zu bekommen. Die Schritte aus diesem Video sind jedoch die, die meiner Erfahrung nach am einfachsten umzusetzen sind und die größte Veränderung bewirken können. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg. Das war es von mir, deinem Dennis. Ciao, ciao.